Und damit herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo bezüglich der kommenden Projekte des weiteren Verfahrens hier auf dem Kanal und auf dem Twitch-Kanal. Vor knapp anderthalb Wochen habe ich ja das Video rausgebracht mit RIP Transport Fever, wo mir ein Festplattenspeicher Verwaltungsprogramm die Steam-Festplatte gelöscht hat und darauf alle Transport Feverdaten ja weg waren. Das Gute ist, da ja das Köln-Projekt ein Gemeinschaftsprojekt ist, hat der gute Trimoniaks noch ein Save-Game gehabt, der Köln-Karte von Mitte Januar. Wir waren ja bei Köln etwa bei dem Save-Game 130, wenn mich nicht alles täuscht. Und dieses Save-Game hat die Nummer 100. Es fehlen einige Sachen, muss ich ehrlich sagen. Es würde komplett Köln-Eiffeltor fehlen. Das wäre aber einigermaßen noch zufriedenstellend. Teile von Gremmberg fehlen noch und natürlich die Hauptstrecke Richtung Köln-Mülheim. Aber ich möchte natürlich das Köln-Projekt nicht verlieren, denn das Köln-Projekt macht mir so viel Spaß und Köln ist wirklich eine wunderbare Map. Ich liebe Köln. Deshalb wird dieses Projekt fortgesetzt. Ich werde die Sachen, die dort jetzt nach dem Backup nicht mehr da sind, werde ich offline wieder aufbauen, denn ich denke, das Ganze im Livestream nochmal zu sehen, wäre ein bisschen langweilig. Zum Rhein-Ruhr muss ich leider sagen, wir haben da auch ein Save-Game. Das ist aber von Ende November. Da bin ich noch ein bisschen mit mir am Kämpfen, denn in diesem Save-Game fehlt brutal viel. Ob Rhein-Ruhr fortgesetzt wird, steht also noch offen. Das Ganze wird dann aber höchstwahrscheinlich in einem weiteren Infovideo kommen. Die Leute, die jetzt immer Rhein-Ruhr geguckt haben, das tut mir furchtbar leid. Dieser Datenverlust hat mich auch an dem Sonntag sehr hart getroffen. Ich konnte meinen Augen nicht. Ich saß eine Stunde vor dem PC, habe meinen Augen nicht getraut, dass meine ganzen Daten weg sind. Aber gut, das haben wir alles geklärt. Die Köln-Karte läuft auch wieder. Das Ganze wird dann fortgesetzt. So, was ist Neues? Ab Freitag, den 1.3. wird es ein Gemeinschaftsprojekt geben mit dem Nico. Das Ganze ist Factorio. Wir haben da jetzt in der letzten Zeit einiges aufgenommen und das Ganze soll laut unseren Plänen alle zwei Tage kommen. Das heißt, drei bis viermal die Woche. Das wird auch das einzige Projekt sein, das im März auf dem Kanal läuft. Also wer sich für Transportfever interessiert, muss leider noch ein bisschen abwarten. Auf jeden Fall ab 1.3. ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Nico. Wer sich für Factorio interessiert, kann gerne einschalten. Ich bin da noch ein ziemlicher Noob. Ich habe mittlerweile schon 40 Stunden in Factorio. Das heißt, da ist auch schon ein bisschen Grundwissen da. Wer am 24-Stunden-Stream hier dabei war, da haben wir ja auch ein bisschen Factorio gespielt. Aber ja, das ist wie gesagt das Projekt für März. Ich werde auch ab dem Donnerstag, den 28.2. werde ich zweieinhalb Wochen im Urlaub sein. Das heißt, ich bin weder am PC, ich kann weder Videos aufnehmen oder ich kann einen Livestream machen. Deshalb habe ich mich entschieden, würde es doch ganz gut passen, wenn ich den Kanal Restart am Montag, den 1.4. vollziehe. Bis dahin wird auch, ich hoffe, Köln wieder einigermaßen aufgebaut sein. Und das kann ich jetzt schon sagen, am Montag, den 1.4. wird es abends ein Livestream geben. Wahrscheinlich so gegen 17 Uhr bis 18 Uhr. Ein kleiner Community Livestream zum Feier des Kanal Restarts. Da ich die Rhein-Ruhr-Karte eigentlich so gut wie verloren sehe, habe ich mich entschieden, ich möchte gerne ein Community-Projekt mit euch starten. Ich habe dafür schon eine Karte geladen. Ich habe dort die letzten Tage schon angefangen, einen Hauptbahnhof zu bauen. Das Ganze soll wie folgt ablaufen. Es soll im Grunde so ein Projekt sein wie die Mega-City-Map. Das heißt, die Community entscheidet über die Namen, die Bahnhofsnamen, die Züge, die auf den Linien fahren. Das heißt, es wird wieder ein Projekt, wo die Community entscheidet, was auf dieser Map passiert. Das hat mir jetzt in der letzten Zeit sehr gefehlt, denn der Nachbau schränkt ja das Ganze ein bisschen ein. Die Leute kommen immer daher und sagen, hier lass mal das und das fahren, oder kann ich mal das und das sehen und dann muss ich halt sagen, nein, weil das gibt es halt auf diesen Karten nicht. Deshalb habe ich mich wie gesagt entschieden, so ein Community-Projekt wieder zu starten und da habe ich mir auch überlegt, dass grundlegende Sachen wie Linienerstellung oder Schönbau soll in Livestreams passieren. Alles andere, Schienenstreckenbau, Bahnhofsbau und so weiter, soll größtenteils offline passieren. Ich weiß ja, dass in letzter Zeit viel Schienenbau auf dem Kanal kam, deshalb habe ich mich da auch entschlossen, dass der Schönbau und das Ausdekorieren und so weiter als Livestream im Livestream passieren soll und alles weitere offline, wenn ihr halt nicht zuschaut. Darüber gibt es natürlich auch wieder bestmöglich einmal die Woche ein Update-Video. Zudem könnt ihr unten in den Kommentaren einen Strawpool-Link finden über eine Abstimmung, ob Good All Times weitergeführt werden soll oder nicht. Die Führzahlen waren bei dem Projekt nicht wirklich hoch, deshalb habe ich mich einfach mal entschieden, so eine Umfrage zu starten. Zusätzlich gibt es dann noch eine zweite Umfrage, ob Sim Airport als normales Projekt nebenher weiterlaufen soll. Die zwei Abstimmungen habt ihr wie gesagt unten in der Beschreibung. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr darüber abstimmen würdet, denn ich möchte natürlich auch den Content euch bieten, den ihr haben möchtet. Wenn ihr jetzt Transportfever sehen wollt, dann bekommt ihr Transportfever. Und wenn nur 2% Sim Airport sehen wollen, dann ist bei mir immer so ein Zwiespalt. Machst du das jetzt oder nicht? Aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht haben die Leute ja auch komplett andere Wünsche über Spiele oder sonst irgendwas. Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Aber ich denke, der größte Teil von euch ist wegen Transportfever da. Falls ihr wie gesagt noch irgendwelche andere Spiele sehen wollt, das könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall geht es wie gesagt ab dem Freitag 1.3. mit Faktorio los und ab Montag den 1.4. komplett mit dem Kanal mit Transportfever Livestreams und Videos. Ich würde mich dann in den Urlaub verabschieden und würde euch eine schöne Zeit wünschen bis dahin. Wir sehen uns im nächsten Video Livestream oder sonst irgendwas. Bis dahin wünsche ich euch was. Ciao.